Wie streue ich eigentlich mein Portfolio und was bedeutet eigentlich Diversifikation? Warum sollten wir unser Portfolio überhaupt diversifizieren? Ganz einfach, es reduziert das Risiko. Wenn wir unser Geld auf verschiedene Anlagen verteilen, reduzieren wir die Gefahr, alles auf eine Karte zu setzen. Stellt euch vor, ihr setzt alles auf eine Aktie und die Aktie stürzt ab. Das wäre ziemlich ärgerlich, oder? Aber wenn ihr euer Geld auf verschiedene Aktien, Anleihen oder andere Anlageklassen verteilt, mindert ihr das Risiko. Und jetzt zur großen Frage. Welche Anlagen sind nun die richtigen? Und wie diversifizieren wir unser Portfolio am besten und einfachsten? Hier kann ein Robo-Advisor hilfreich sein. Warum also ein Robo-Advisor? Weil er für uns die Arbeit erledigt. Er analysiert unsere Ziele, Risikotoleranz und Präferenzen und erstellt dann ein diversifiziertes Portfolio, das am besten zu uns passt. Zusammengefasst, Diversifikation ist wichtig, um das Risiko zu streuen und unser Portfolio zu schützen. Und mit einem Robo-Advisor können wir diesen Prozess automatisieren und optimieren. Demn ist nochmal so, wie ein Robo-Advisor auf jeden Fall anbietet. Und das ist die Möglichkeit, die Sendung zu Hause im Forum anbietet. Und das ist die Möglichkeit, die Faktor von Seine und Stuntüller zu befinden. Und die Faktor von Seine und Stürmer sind eine Artikel. Und das ist die Idee, die Flüchtlinge zu befinden. Und das ist die Wähler wird damit ge infected. Und das ist die Möglichkeit, die bestehen, die Wirklichkeit aus der Nahrung sind. Vielen Dank.